Es streiten sich ein Franzose, ein Engländer und ein Deutscher, wer die komplizierteste Sprache hat. Der Franzose sagt, mon Dieu, natürlich wir Franzosen, wir schreiben Monsieur und wir sagen Monsieur. Der Engländer sagt, well, wir Briten erheben Anspruch auf den Titel, wir schreiben Elevator und sagen Lift. Darauf der Deutsche, das ist einfach, natürlich sind wir Deutschen die Sieger. Wir schreiben, entschuldigen Sie bitte, ich habe Ihren letzten Satz nicht richtig verstanden, würden Sie so nett sein und den bitte wiederholen? Und wir sagen, hä? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.